Google Mail Jemandem eine Mail-Kopie schicken oder sogar eine blinde Kopie schicken so dass die anderen davon gar nichts erfahren Mein Name ist Birmin Lehner Ich gehe hier auf Schreiben Also ich schreibe eine neue Mail Hier zuerst die Adresse Die Hauptadresse ist pico.sunrise.ch Und jetzt soll eine Kopie an eine andere Person gehen Und zwar ist das unter CC Das heisst Carbon Copy Also eine Kohlenkopie Das mache ich nun Und es erscheint nun hier auch Es geht nämlich noch eine Kopie an Und sie erscheint hier schon Cornelia Und jetzt soll noch jemand blind eine Kopie erhalten Blind Carbon Copy Also eine blinde Kohlenkopie BCC Und das ist noch Ivo At lehnherr.info Und es geht um den Betreff Wanderung am Mittwochnachmittag Kommt ihr auch rund um den See Großbirmin Und senden Also diese Mail geht nun an Pico Eine Kopie geht an Cornelia Und da ist noch eine BCC-Kopie Und da ist noch eine BCC-Kopie drin Wenn ich hier nochmals draufklicke Sehe ich ja Diese beiden Vor allem diese Person dazwischen Cornelia Das heisst Diese beiden Personen erfahren nicht Nicht, dass noch eine Kopie an Ivo Lehnher ging Okay Und senden Und weg sind die Mails Das war's Das war's Das war's Vielen Dank.